Was haben wir schon gesehen? Was haben wir schon gesehen? Warenkrieg-Time... ...zuneht tolles Sieger... Deine fieberen Versuchungen sind nur die Inevitable. Die ganze Welt wird infectiert. Die neue Genesis ist anhand, und ich werde die Kreator sein. Das ist richtig. Ich habe genug... ... von deinem Bullshit! Du bist nur eine von Umbrella's Left-Overs. Ja. Wir müssen die Konzentration machen. All right. Wir gehen für die Override. Cover mir. Wir gehen. Wir gehen. Du bist nicht für das. Hang auf! Unauthorized, die Verrachtung ist angekommen. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh. Achtung. Achtung. Achtung! Haltung! Achtung! Ne. Nicht. Nein! Eh. Eh! Hab dich! Das ist die Rüge. Okay. Das ist natürlich das Ende. Alter Schwede. So, Gott sei Dank. Quicktime vorbei, denke ich mal, oder? Ich glaube. Also diese Szene, das ist das, was ich mit Höhle meinte. Ich kann mich grob dran erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wirklich. So. Keine Raketenwerfer. Scheiße. Ich hab noch einen, oder? Nee, du hast die nicht dabei. Warum? Ähm. Aber hier ist ja Zeugs. Vielleicht ist ja da einer drin, oder? Komm schon! Ich schlufe mal ein bisschen. Ah, sehr schön. Irgendwo gibt es schon noch ein grünes Kraut. Wieso siehst du so angeballert aus? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist am Ende so. Ich auch? Ich sehe mich ja nicht, ne? Du auch. Ja, ich auch. Ich sehe es gerade. Ich habe volle Gesundheit, aber ich... Ich glaube, es war ein ziemlich anstrengender Trip, so allgemein. Stimmt. Ah, Hallöchen von Ladies. I should have killed you years ago. Chris. Chris. Your mistake. It's over, Weston! It's over, over. I'm just getting started. Wovon macht er das? Er weiß doch, dass er so schief ist. Wieso verfolgt mich Captain Hentai in Wiederspiel? Umdrehen, rennen. Weiter rennen. Ich weiß es leider auch nicht. Du sagst nur, wenn ich was anderes machen soll? Ich bin doch am Klettern. Hä? Hilfe? Warum soll ich dir helfen? Ich sehe es nicht. Ich bin am Klettern und es klappt nicht. Mach weiter. Das dauert glaube ich einfach nur. Ewig. Das ist halt so furchtbar. Laut. Ich bin oben. Ich habe es nicht geschafft. Gut. Und jetzt? Was mache ich? Aber ich kann hier nichts machen. Ich bin hier. Äh, ne. Ich muss es erst selber nochmal rausfinden. Ne, bleib mal. Guck mal, dass du mich im Auge hast. Ich sehe dich. Äh... Moment, sehe ich dich. Äh... Ja, da bin ich. Ich schieße den Reska. Auch den schießen aber nicht, oder? Ne, schießen macht keinen Sinn im Moment. Scheiße. Mein Partner ist tot. Ich bin traurig. Soll schon mal ein paar Raketenwerfer mit, ne? Ja. Soll ich auch einen kaufen? Ich kaufe auch mal einen, oder? Ah, ich habe ja alles voll. Aber ich habe... Ne, diese Waffen brauche ich nicht. Komm erstmal weg. Ich habe nicht mehr so viel Geld. Ich habe noch ein bisschen was. Einer reicht, oder? Ich kann... Wenn jeder einer hat, reicht. Äh, wieso kann ich denn plötzlich... Ich kann plötzlich Munition kaufen? Ich... Aber... Kann sein, dass das irgendwann geht, ja? Ja, ich kann aber keinen... Äh... Ah doch, hier, Raketenwerfer, da ist er doch. Jaja. Du kannst mir immer noch, äh... Ja? Äh... Ja? Sniper-Money geben? Äh, ja, die kann ich ihr geben. Geben. Ist da? Fünf, ne? Reicht? Ja. So. Und dann nehme ich den... Rocket Raccoon. Leider kann man hier nicht nachladen, das ist doof. So. Ich habe den Raketenwerfer. Ich nehme die Minen mit. Okay. Okay, ich bin fertig. Nicole hat mir noch gerade was geschrieben. Das ist ein bisschen doof, aber egal. Ich muss leise machen, weil die Tür geht nicht zu, weil der Simba, aber egal. Ja. So, fertig, wir machen das jetzt. Lauf! Ich merke frei. Soll ich zuerst? Ich gehe zuerst zu diesem Stein. Was mache ich? Weiter laufen? Ja, genau, da wurde ihm rasch. Okay, und auch wieder klettern, ja. 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 Das ist so gemeint, was ich denn aufhören darf. Okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Egal was ich mach, ich hab's. Ich glaub ich komm jetzt zu dir oder du kommst zu mir. Irgendwas geht jetzt. Ich muss doch weiter klettern. Kletter, kletter, kletter. Nein, da komm ich nicht hoch, scheiße. Hä, warum nicht? Jetzt. Warum kannst du nicht springen, wenn wir springen können? Ohhhh! Was sagt, dass es nicht wahr ist? Warum kann ich nicht springen? Ja genau, das ist jetzt... Warum kann ich nicht auf den Stein springen, den ich extra da hingelegt hab? Das weiß ich nicht. Wir kaufen nichts, wir machen gleich weiter, oder? Ja. Ich will das jetzt haben. Vor allen Dingen tut mir mein Fühler schon weh. Warum kannst du verstehen, Krebs? Kletter. Ich weiß auch nicht, warum ich mir gleich an dieser Stelle überlaufe. Von der ich weiß, dass sie anspricht. Weil's nicht anders geht. Die Menschen haben diese Winnung schon zu lange überlaufe. Nur, warte auf! Schau uns! Schau uns! Ey! Er hat sich genommen. Ich hab doch die ganze Zeit F gedrückt. Was ist denn jetzt? Ach, die Taste ist kaputt oder so. Keine Ahnung. Fertig. Ach Leute, das ist echt schade. Was hast du vor mir? Warum? Ich will das nicht mehr sehen. Kann man sowas sprengen? Kann man doch nicht. Just hold on and shut up! Au revoir. Au revoir. Das ist falsch, glaube ich. Ich darf den Stein noch nicht. Das ist erst später. Ich mach's mal später. Ja, was doch immer. Sie wollen das Ende umhörig hinaus zöger, hab ich das Gefühl. Warum kannst du das verstehen, Chris? Glaubst du wirklich, dass das Weltall zu retten ist? Oh. Ah. Oh shit! Irgendwas anders als sonst. Jetzt bin ich nicht schneller als sonst. Ich glaube, ich muss den Stein dir hinlegen, dass du zu mir kannst. Das ist, glaube ich, das Ding. Kann sein. Und das Wetter geschafft. So, dann... So, wo muss ich hin? Dahin. Ah ja, ich glaube, das ist neu. Bei... bei was? Ja, wenn die letzten Lächsten kann ich zu dir kommen, glaube ich. Ja, das wäre ein guter. Okay. Ich weiß nicht... Nicht. Ich weiß nicht, wo ich runterkomme. Ähm, soll ich... Ah, hier. Okay, okay, alles klar. Okay, ich lege ihn runter. Ja, ja. Ich versuch's. Ich bin hier. Oh! Oh, ich glaube, es war richtig. Wir tasten uns ran. Wir tasten uns ran. Fertig. Ja. Was du erzählst dann noch mal, vielleicht verstehe ich's dann. Ich weiß ja nicht. Nein, doch. Was ist denn sonst oder so? Ich weiß nicht. Ich habe glaube, das ist ein guter Weg. ... ... Scheiße, 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 scheiße. Ja, ja, alles gut. Ja, ja, alles gut. Nein, nein, nein. Ja, ja, nein. Ich hab's glaub. Ja, ich hab's glaub. Ja, ich hab's glaub. noch mal es ist x b x b a und dann x und a gleichzeitig alter das ist doch ja deshalb ist es bei mir ist es f aber dafür so oft es ist halt controller ich weiß nicht was ja ups Ich glaube, dass die Meister in den gleichen Anhand kommt. Kann ich irgendwas anderes machen? Ne, ne. Das große Finale. Ich verschließe die Tastatur. Was Mensch bis mir geht. Ich versuch's mal mit Tastatur. Die versauen das, echt. Ich finde, dass das Spiel so ein bisschen versauert, weil das ist... Das liegt halt nur daran, dass ich mit dem Xbox-Controller das kann. Wenn das ein Playstation-Controller wäre, wäre das etwas ganz anderes. Sehr gerne. Kann ich vielleicht davor stehen bleiben? Und nicht runterfallen? Nein, das geht nicht. Just hold on! Ich hör was! Wer weiß, vielleicht schneiden sie euch. Äh, VFV, was? Ja, sag ich doch. Gott. Ist es VFV, AD? Ich weiß. Ich weiß was die ganze Zeit schon, ne? Ja. Wenn's halt eben nicht spammen wären. Warum kann ich das verstehen, Chris? Wird du wirklich glauben, dass das Weltall nicht so gut ist? Nein! 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 Ich glaube einfach, dass ich das heute nicht mehr schaffe. Das geht jetzt nicht mehr in. Ja, dann versuchen wir uns jetzt dieses eine Mal nach. Und wenn ich dann... Da müssen wir irgendwann eine Grenze... Okay! Der Stein liegt. Ja, aber ich bin wohl auch nicht oben. Ah, er ist einfach durch. Ja, super. Gehe ich jetzt zu dir, schnellstmöglich. Wow. Ich sehe ihn jetzt immer. Was machen wir jetzt? Wir schießen jetzt auf seinen Knubbel. Wir schießen auf seinen leuchtenden Knubbel, sobald wir ihn sehen. Und das am besten mit dem Raketenwerfer. Das ist gut, den haben wir nämlich. Ich... Ich sehe ihn gerade im Moment nicht. Wir müssen auf jeden Fall weiter auf diese Plattform hier oben. Er kommt jetzt grad zu mir hoch. Und hier ist auch noch mal ein bisschen mit Ausweichen, ne? Oh nein. Oh nein. Wie gut sehe ich ihn? Äh... Bleib mal. Ich hab ihn. Kopf oder willst du einen Knubbel? Nein, 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 nein. Es leuchtet. Entweder Brust oder Rücken. Jetzt siehste. Es ist so ein Orangener Knubbel. Ich sehe ihn im Moment nicht. Ne, dann nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ball fährt nix. So ja. Meter. ok du kannst hochkommen glaube ich scheiße es gibt irgendwo kontrollpunkt aber ich weiß nicht in dem moment wo er meinen namen schreit ist er ja sicher ein letztes mal, oder? Wenn ich das mit dem F nicht so fluchtbar ernst machen würde, dann müsste ich es vermissen können. Okay. Das heißt also, wir machen noch eine Session, wo wir diesen Enddingsbums machen, ja? Okay. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Alles klar, deine... Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal für das große Finale. Cliffhanger! Genau, tschaui! Tschau!